Willkommen bei der Weimann Elektro AG in Steffisburg, euer Partner für elektrische Hausinstallationen, Industrie, Gewerbe und Privatbauten. Eure Sicherheit in elektrischen Stark- und Schwachstromanlagen ist unser oberster Ziel. Gebt eure Automation vom Feinsten. Dir wünscht eine bequeme Bedienung von eurer Beleuchtung und Beschattung. Nachts träumt ihr nur vom Elektrosmog und trotzdem überwacht und steuert das Intelligenz, vernetzt das Steuersystem euer Zuhause. Leistet ihr euch eine eigene Elektronstation und steuert ihr euer Haus über einen Touchscreen. Telematik, Verbindung von EDV und Telefon. Vom einfachsten Telefon bis zur grossen Telefonanlage für mehrere hundert Personen bieten wir euch eine interessante Variante. Eure EDV-Netzwerke planen und installieren wir nach euren Wünschen. Unser Reparaturservice. Wir reparieren fast alles. Schäden auch Hausinstallationen und Hausgeräte. Als Elektrolux AG Partner verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich. Für den Reparaturservice und Hausinstallationen bieten wir unseren innovativen Expressdienst Rep24 an. Wir sind auch in vielen Spezialbereichen tätig. Mit modernster Beleuchtungstechnik rücken wir euch ins beste Licht. Elektrische Raumheizungen mit hochmodernen Steuerungen. Elektrosmogmessungen ermöglichen uns, euch von schädlichen Stahlungen zu schützen. Brand-, Einbruchschutz, Zutrittskontrollen. Auch in diesem Gebiet können wir euch eine passende Lösung bieten. Sicher im Netz. Auch bei Stachstrom- oder Schwachstromanlagen ist das unsere Verpflichtung für eure Sicherheit. Sicher im Netz mit Weimann Elektro. Untertitelung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017